Unser Neuzugang, Kurbin Berischer. Heute zweifacher Torschütze. Kurbin, herzlichen Glückwunsch. Schöne zwei Tore, auch der Elfmeter war sehr schön. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Naja, wir waren klar die bessere Mannschaft. Das hat man eh, glaube ich, gesehen. Sicher haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil, Diplomata darf es natürlich auch nicht unterschätzen, aber ich denke, wir haben nach der Niederlage gegen Leobersdorf ein gutes Gesicht gezeigt. Die drei Punkte eingefahren, das ist das Wichtigste. Du bist nach einer OP zu uns gestoßen, zur SC Bottenstein. Die Vorbereitung bist du dann zum letzten zwei Träten eingestiegen. Wie fühlst du dich? Wie fit bist du? Ja, wie der Trainer schon mit mir geredet hat, für die 90 Minuten reicht es nicht. Aber schon mal, das war ein guter Eindruck heute, die letzten 20 Minuten. Und ich hoffe, es geht immer weiter bergauf und ich hoffe mal, dass ich auch mal starten werde wieder. Und von Anfang an 90 Minuten durchhalte. Ich wünsche mir dir auch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Tschüss.